Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Die sechste Woche im LS22-Bildet-Projekt geht so langsam zu Ende. Heute unternehme ich nochmal die letzten Versuche, diese Aufnahme zu retten. Ob mir das gelingt, das siehst du im Video. Falls du den vorherigen Teil nicht gesehen hast, verlinke ich dir hier oben die Playlist. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß im vierten Video. Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 im Bildet-2-Projekt. Hier ist euer Comaner Keule und wir stehen gerade noch am Landhändler mit allen. Der Tino ist mit dabei, der Milo ist mit dabei und auch die Sophie ist mit dabei. Und dann diskutieren wir gleich mal etwas weiter. Wenn uns der Ditcher nicht mit seinem Hund davonjagt. Ja, also jetzt ist mal Ruhe hier. Der Händler macht jetzt Feierabend und sie alle verschwinden hier. Wenn wir einfach rüber gehen, geht das auch. Wie, jetzt ist Feierabend? Ja, jetzt ist Feierabend. Ich habe hier einen Termin mit dem Herr Esser. Vier? Nee, nicht um vier Uhr. Kassau ruhig. Aber Herr Ditzer, wir haben was ganz Wichtiges. Vielleicht interessiert das Sie auch. Nee, private Themen können wir morgen bereden. Geschäftliche auch. Nee, das ist ja nichts Geschäftliches. Hier ist ein Swerverbrecher unterwegs. Nee. Doch. War es ein Schwerverbrecher? Wie schwer ist er denn? Ja, das will ich aber auch wissen. Also er ist so um die 1,75, 76,5 Zentimeter groß und wiegt so um die 95,6 Kilo. Und nur so stark. Der nuzzelt extrem, also ich habe den kaum vertreten. Ich weiß nicht, kennen die einen Herrn Bappo, äh, Beppi, Bappo, keine Ahnung. Nee. Kennen die noch nicht mal? Ist das der Förster oder was? Könnte sein, ja. Könnte sein, ja. Der hat doch bei dir Bäume gemacht. Ja, 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 genau. Bei mir hat er sich vorgestellt, dass der irgendwie vom Umweltamt wird. Na, der ist ja Förster. Jetzt kommt aber der Clou. Der Herr Hammerstiel hat mich gerade verbal fast angegriffen, verständlicherweise, weil ich angeblich Geschichten erfunden hätte und den Herrn Bappi oder wie er heißt, auf ihn aufgehetzt hätte. Aber das stimmt nicht. Und dann fiel mir ein, dass er gesagt hat, als er bei mir eine Birke gefällt hat, weil da angeblich der Borkenkäfer drin wäre, dass der Herr Ferser ihn zu mir geschickt hätte, weil der Herr Ferser sich beschwert hätte, dass meine Birke die umstehenden Bäume der Stadt mit dem Borkenkäfer befallen würde, wenn er nicht sofort gefällt wird. Interessant, höre ich das erste Mal. Ja, und ich habe das, was der Herr Hammerstiel mir gesagt hat, zum ersten Mal gehört. Das heißt, wir haben jetzt die Vermutung, dass hier irgendeiner ist, der uns gegenseitig versucht aufzuhetzen aufeinander. Ich glaube, ich glaube, der hört sich hier an, als hätte hier jemand schlecht geträumt. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Ja, er wird sagen, jetzt gehen wir alle schön ins Bettchen und morgen um 6.30 Uhr können sie wieder aufschlagen. Auch sehr viel Interesse besteht hier, Herr Hammerstiel. Na gut, kann man nichts machen. Vielleicht ergibt sich auch nochmal was. Also ich war das auf jeden Fall nicht. Nee, da weiß ich auf jeden Fall bezeiht. Und Tally? Ja, Hannes? Falls du irgendwann so einen nutzeln, brabbelnden Typen siehst, hörst oder sonst was und der sagt irgendwie, der wäre von mir auf gar keinen Fall. Ja. Okay, ja, ich glaube euch das dann mal. Wir haben ja bisher nur gute Frauen miteinander gemacht. Da ruft er sich die blau-weiten Männer an von der Polizei und dann... Herr Titscher als Dienstaufsichtsbehörde, ich glaube, dass der Herr Ferser da dem Herrn Esser doch in ein Geschäft reinzwingt. Ja, ich gehe jetzt mal gucken, ja. So, hast du uns auch nochmal auf die Ecke? Also, meine Herren. Ja, guten Nacht. Tschüss. Schönen Abend. Ja, tschüss. Morgen früh, also gleich. Herr Ackermann, darf ich meinen... Nein, 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 nein. Herr Ackermann hat es zu tun. Nee, ich meine... Der darf doch gar nicht mehr arbeiten. Pst! Herr Ackermann, sagen Sie mir schnell den Preis. Ähm... Nur meinen Wagen nicht. Insgesamt gespannt hätten wir bei 20.502. Wer schafft denn? Hannes? Hm? Ich habe doch noch einen Gut bei dir, ne? Vielleicht? Würdest du mir deinen Lohnunternehmer ausleihen? Mein Lohnunternehmer... Der arbeitet ja gerade gar nicht. Ja, ich meine halt ab sechs. Ab sechs? Mhm. Boah. Für wie lange? 20 Minuten? Naja, wahrscheinlich ein bisschen länger. Wie? Also... Was heißt denn hier ein bisschen länger? Also, ich brauche den dringend, um ein Fels zu ernten. Naja, dann hast du mich doch. Wie, ich habe dich zum Ernten? Ja. Ja, aber du hast die Gerätschaft nicht. Ja, aber die kannst du dir doch leihen. Ja, das habe ich aber gerade erfragt. Das sind Unsummen, in die ich mich da stürzen würde. Hast du mal beim LU gefragt? Was soll ich beim LU fragen? Dass du nur die Maschine brauchst? Geht das? Keine Ahnung. Hm. Andersrum geht ja auch, dass du nur den Mitarbeiter brauchst. Ja, das könnte ich nochmal fragen. Ansonsten rufst du mich einfach nochmal an. Okay, ja, dann mache ich das, Hannes. Danke nochmal für den Tipp. Ein Problem, immer gerne. Herr Ackermann, darf ich jetzt mein Vehikel mitnehmen? Äh, von Pfannerricht? Also, Frau von Pfannerricht, wir sind durch? Äh, ja, ich würde dann kurz erfragen beim LU, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das günstiger zu leihen. Sonst würde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Ja, ist in Ordnung. Dankeschön trotzdem schon mal. Geh, bitte. So, Herr Hammerstein. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Kommt hier jemand zu mir eigentlich in den Dispo-Kanal? Warum sitzen die da alle bei... Warum sitzen die da alle bei den Mitarbeitern? Kann mal jemand... Ah. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Kowalski? Hallo, Herr Kowalski. Von Pfannerricht hier. Ja. Herr Kowalski, ich hab eine Frage. Es besteht ja in Ihrem Lohnunternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter zu buchen, ohne die Maschinen, wenn man die selber hat, sozusagen. Geht es auch andersrum? Kann ich bei Ihnen auch nur die Maschine, aber nicht die Arbeitskraft leihen? Da müsste ich kurz nachfragen, bei meinen Vorgesetzten. Ja, das wäre nett. Ja, wenn Sie da einen kurzen Moment hätten. Ja, dann... Ja, ich warte. Ja. Oh, Mann. Okay. Ja, dann, das wäre geil. Das wäre tatsächlich geil, wenn wir uns sehen. Scheiße, ich muss dieses... Ich muss das Feld leer kriegen. Ich muss... Wenn ich es nicht machen kann, muss ich meinen... muss ich den anderen Lula da jetzt, ähm, abziehen von dem anderen Feld und muss ihn erst das Feld ernten lassen da. Scheiße. Ja, äh, von Pfannerricht? Ja, Herr Kowalski? Ja, das geht leider nicht. Das geht nicht? Nee, also nur Maschinen verleihen wir nicht. Okay. Weil müsste ich jetzt auch mal fragen, haben Sie einen LKW-Führerschein? Den CE-Schein? Ja, natürlich. Haben Sie? Seit 15 Jahren schon. Wie alt sind denn Sie, bitte? Also ich weiß, sowas fragt man nicht, aber... Äh, alt genug? Okay. Also ich hätte jetzt so von der Stimme her so, und was mir so den Kollegen erzählt haben, hätte ich sie ja so auf Anfang 20 geschätzt. Na, ein bisschen älter schon. Aber es ist nett, wenn ich so jung klinge. Ja, okay. Nee, gut, nee, also dann, nee, dann... Also ich bin gesagt, geht trotzdem nicht. Tut mir leid. Hm, okay. Kann ich dann bei Ihnen einmal den LU-Mitarbeiter, der jetzt gerade bei mir auf dem Feld tätig ist, könnte ich... Weil ich habe ein Feld, was ganz dringend bearbeitet werden müsste. Ja, also sollte das mal kurz pausiert werden quasi, die Arbeit. Äh, genau. Und erst eine andere Arbeit vorgeschoben werden. Ja, was wäre das denn für eine Arbeit? Genau, es müsste dringend das Feld 24 geerntet werden. Ach, das mit den Zuckerrüben? Hm, genau. Ja, gut, das ist ja gehopst wie gesprungen, würde ich sagen. Also das eine ist eine blöde Arbeit und das andere... Genau. Es ist beides eine furchtbare Arbeit. Aber ich bräuchte eben auf dem Feld 24 die Baufläche. Deswegen wäre das wichtig. Ja, nee, dann sage ich dem Bescheid, dann sollte das pausieren. Das wäre toll. Denken Sie denn, dass das schafft er jetzt innerhalb der nächsten 30 Minuten? Er nicht, ne? Könnten Sie ihm ausrichten, dass er im besten Fall erst mal die vordere Fläche, also die sozusagen schmalere Fläche ernten soll? Also ich würde sagen, Frau Van Vannerricht, damit es einfacher ist, ich würde den jetzt losschicken zu Ihnen. Mhm. Und wenn er bei Ihnen angekommen ist oder am Feld, soll er Sie mal anrufen und Sie zeigen ihm das am besten. Okay, dann machen wir das so, ja. Na, ich denke, das ist einfacher. Okay. Gut, in Ordnung. Dann danke schon mal, Herr Kowalski. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Scheiße. Wir schaffen nichts. Wir schaffen einfach gar nichts von dem, was wir schaffen müssen. Das ist Katastrophe. Ich schaffe einfach gar nichts. Schaut mal, der hat ja noch nichts geschafft hier auf dem Feld, das fertig zu machen. Ey, ich weine. Ich weine einfach. Erklärt mir mal, wie viele Folgen es dauern soll, dieses Feld hier oben zu ernten. RIP-Baufolge. Und vor allem, jetzt guckt euch, warum wird mir jetzt hier erntereif nicht angezeigt? Warum wird mir jetzt hier Kraut entfernt angezeigt? Ist doch aber jetzt erntereif, oder nicht? Ähm. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. RIP-Baufolge. Ich weiß wirklich nicht. Das Problem ist, wenn das hier nicht abgedingst wird, ist es einfach, ist es einfach vorbei. Kann ich nichts machen. Dann kann ich nicht bauen. Das ist Katastrophe. Was mache ich jetzt? Jetzt überlege ich, habe ich mir Mähwerke geholt? Wartet mal ganz kurz. Ähm. Weil das ist erntereif. Das ist zwar erste Erntereifstufe, aber dann über... Ach, da sind ja die Bäume nicht weg. Oh Gott. Ich bin verloren einfach. Ich bin richtig verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier an Gras ein bisschen abernte, damit ich das dann als Fläche sozusagen hätte für die Baufolge. Aber ich habe ja extra auf der anderen Seite die Bäume wegmachen lassen, damit ich da bauen kann. Ey, ich kriege die Krise. Das passt alles hinten und vorne nicht. Furchtbar. Das ist dramatisch. Das ist super dramatisch. Ich weiß nicht, wer es tun soll. Also er soll quasi hier dieses vordere Stück erstmal machen. Aber ich werde trotzdem kaum Platz haben, hier großartig irgendwas hinzubauen. Also ich kann ja in der Baufolge den Bums hier ein bisschen begradigen und so, dass das alles irgendwie gerade ist. Und kann hier mal ein bisschen den Boden irgendwie hübsch machen und so. Aber mehr kann ich ja irgendwie gar nicht machen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Und hier sind die Bäume nicht weg. Ich meine, ich könnte natürlich trotzdem hier bauen. Das ist halt, das ist ja ein Mähdrescher, Michelle. Also das ist ja kein Rübenroder. Ich brauche ja ein Rübenroder für das Feld und kein Mähdrescher. Das ist halt das Problem. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich hier das Gras abernte und hier baue. Und ich meine, da kann ich immer noch die Bäume danach fällen lassen. Boah, ich kotze. Okay, wartet mal. Habe ich hier eigentlich meinen Traktor? Ja. Das ist alles furchtbar. Ja, aber ein Rübenroder zu mieten, das ist einfach... Das ist zum Kotzen. Ähm, ich will meine Mähwerke jetzt erstmal haben. Stehen die hier? Ach, scheiße, das ist umgefallen. Oh! Easy. Ähm... Ich will auch nicht Rüben roden. Das ist schon grundsätzlich auch richtig. Ich habe schon auch keinen Bock, Rüben zu roden. Aber... Wie, das... Also, das ist... Guckt euch dieses Feld hier an. Leute, guckt euch dieses Feld an. Das ist der Über-Ubtörner. Ach, das ist ja so fürchterlich. Warum leckt denn das hier eigentlich so übertrieben doll? Ich über-Ubtörner. Um. Ja, ja, das ist das Rübenfeld, Michelle, genau. Das rechts daneben ist das Rübenfeld. Ich mehre jetzt hier kurz zwei Bahnen oder drei Bahnen oder sowas weg, dann kann ich auf der Fläche bauen. Ich will ja eh eigentlich rundherum meinen Hof ein bisschen erweitern. Scheiße. Das ist alles irgendwie ungünstig. Es ist halt leider einfach richtig belastend, dass das so Kackaufgaben, dass das alles gerade so Kackaufgaben sind, die alle so lange dauern. Also ja, wirklich alles. Auch, dass ich es nicht geschafft habe, das fällt jetzt hier nebenan irgendwie wieder neu anzusehen und so. Ist auch kacke, es ist alles kacke. Alles kacke. Auftrag zum Rübenroden. Ich glaube kaum, dass es den gibt. Nee, gibt gar keinen. Die Baufolge verschieben. Ja, es ist halt... Ich habe einfach seit so vielen Wochen jetzt nicht gebaut, weil ich halt genau darauf gewartet habe, bis die Felder endlich erntreif werden. Und jetzt kann ich es wieder nicht machen. Das ist einfach so kacke. Das ist echt einfach super ärgerlich. Ah, ich weiß nicht, ob ich vielleicht so eine Art Mini-Baufolge aufnehme, um halt wenigstens, ne, zumindest... Ich meine, weil ich habe ja die Stunde auch die Woche. Damit ich wenigstens so ein bisschen begradige alles. Ja, irgendwie sowas. Sehr kompliziert. Ich sage mal so, ob ich die Bäume jetzt abfälle oder nicht, ist eigentlich egal. Van Pfannerich, hallo? Ja, Röhrich hier. Guten Tag, Frau Van Pfannerich. Hallo, Herr Röhrich. Ich habe gehört, ich soll unterbrechen und jetzt Ihre Rüben hier vom Feld holen. Ja, das wäre ganz toll. Ja, wo soll ich denn da anfangen? Ja, also im besten Fall fangen Sie quasi umliegend um mein... um das kleinere Feld an. Also, ich habe ja... Auf dem Feld 25 steht ja ein Schafsteil und das ist quasi im besten Fall alles Umliegende als erstes ernten. Verstehen Sie, was ich meine? Also von die Seite an auf Anfang. Genau, wo sie jetzt auch stehen sozusagen, dass sie da anfangen, genau. Und da alles so viel, wie sie schaffen. Ja, dann machen wir das. Super, danke schön. Ja, bis später. Ja, bis später. Ich will jetzt halt ungegangen auf die Rüben bauen, wenn ich wochenlang darauf gewatscht habe, dass die erntereif werden. Und dann baue ich einfach drauf. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen belastend. Ich hätte halt echt sehr, sehr gerne eigentlich einen Hühnerstall und eine Halle für meine Maschinen gebaut und halt so ein bisschen Kleingraben, ein bisschen betoniert und so ein Zeug. Bisschen nervig. Da merkt man einfach wieder, diese zwei Stunden pro Woche ist einfach echt wenig. Es ist wirklich schwer, in der Zeit guten Progress zu machen. So, eine Bahn mache ich jetzt hier noch. Ja, ich glaube, dafür muss ich Hannes jetzt nicht unbedingt... Also, ich stelle ihm da jetzt gleich den... den Dings in den Anhänger und dann kann er da ja selber... äh, abladen. Das ist aber auch wirklich nur Scheißaufgaben, die da gerade zusammenkommen. Alles Scheißaufgaben, die lange dauern gerade. So, okay, das muss jetzt erst mal reichen. Ja, der wird mit dem Silo nicht an den... äh, mit dem Erntner nicht an das Silo rankommen. Das steht dafür zu doof. Aber ich stelle ihm einfach den Anhänger hin. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Ey, und das ist nur das kleine Rübenfeld. Boah, das ist so schlimm. Guckt euch dieses Feld an! Guckt euch einfach an, wie groß dieses Feld ist, wenn ihr euch anguckt, wie... Also, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, wenn ich das sehe. Da kriege ich ja Beklemmungen, wenn ich drüber nachdenke, dass man darauf einfach Rüben ernten muss. Boah, ich weine innerlich. Also, das ist ja wirklich der Untergang. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wahrscheinlich müssen... Also, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich miete ich mir beim nächsten Mal einfach den Rübenroh da mit. Und... Ernte mit. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Das ist ja... Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Ach man, warum komme ich da immer nicht durch? Es ist alles zu eng hier. Das ist alles zu eng hier. Röhrig wollte ja unbedingt bei... Und Tino weg? Er freut sich. Er freut sich komplett. Ähm... Ähm... Äh... Äh, hallo? Okay, cool. Hm, chillig. Chillig, chillig, chillig. Ich dachte, ich fliege gerade schon. Mm-mm, 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 mm-mm. Oh. Ey, diese Bäume müssen ja alle so dringend weg. Das ist einfach nur alles furchtbar eng hier. Als wäre ich da jetzt nicht drüber gekommen. Ach, come on. Einfach aus der Hölle. Oh Gott, fahre gerade aus. Das ist alles Chaos. Ey, es ist einfach alles Chaos. Tino seinen JCB verkauft, oder was? Etwa? Etwa? Ich hab'n zwei. Ich hab'n zwei Traktoren. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Fortschritt. Und das geht heute. Sehr, sehr unzufrieden. aber den jetzt wieder mein traktor wieder zu verkaufen um jcb zu kaufen und nach beim das ist ja der den also der hat ja selbst auch schon richtig viele fünf stunden die das gedacht deutlich mehr ja Hier sieht es gar nicht so wenig aus, was er ruhig geschafft hat, ne? Frau von Pfannrich? Ja, Herr Röhrig? Ja, ihr Anhänger ist voll. Äh, ja, haben sie noch Platz gerade im Ruder oder sind sie auch schon wieder voll? Ja, ich hab gerade abgetankt, ihr Anhänger ist voll. Okay, ja, dann leere ich den gleich. Gut. Danke für die Info. Ja gut, nochmal schafft er ihn nicht abzuladen. Mh, also ist das eigentlich auch egal. Äh, Frau von Pfannrich? Ja, Herr Röhrig? Ja, äh, noch mal eine Frage. Ist das hier, äh, so wie Sie das wollten? Ich stelle. Ähm, ja, ja, genau. Sie machen das perfekt. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, danke schön. Ja, bin ich ja zufrieden. Dann bis später. Ja, bis später. Hier einfach alles mitten auf der Straße liegt. Auch hervorragend. Ach man, es ist einfach alles zu eng. Ich will hier endlich Platz haben, um ordentlich zu fahren und so. Das ist ja nur nervig. Wo habe ich hier eigentlich nochmal... Habe ich hier das Gras abgeladen? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Oh, ist er schon fertig? Hallo? Nimm mein Gras! So, da geht's immerhin in den Schäflein gut. Ich fahre jetzt hier oben durch, ne? Ist mir egal. Ich bin ja hier oben immer nicht durchgefahren, weil ich noch gedacht habe, komm, vielleicht erntest du das irgendwann mal mit ab, aber scheiß drauf. Die lassen mich jetzt nur hier irgendwo rüberkommen. Toll. Toll, toll, toll. Ja, ich wollte die gesamte Länge bebauen. Also ich will alle Seiten bebauen, sozusagen. Aber ich... Ob er da jetzt hätte ganz breit gebaut oder so, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ich kann eh nicht so bauen, wie ich das gerne gemacht hätte. Also es hat jetzt an sich einfach auch gar nichts geändert. Das klappt alles nicht so, wie ich das will. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir eine Baufolge machen diese Woche. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. So, darf ich die Bahn hier noch zu Ende fahren? Das finde ich ein Träumchen. Wir fahren jetzt hier eiskalt noch die Bahn zu Ende. Wenn mein Gras... Das ist aber eine gute... Ehrlich gesagt, das ist jetzt hier eine ganz gute Breite, auf der ich bauen könnte, ne? Also theoretisch habe ich da jetzt eigentlich ganz gut Platz, um was zu machen. Ich muss mir halt nur Terraforming-technisch überlegen, was ich da so ein bisschen machen will. Wird auf jeden Fall schwierig. Ich werde mich auf jeden Fall, glaube ich, mal Offstream hinsetzen und mal schauen... Ja, was ich sozusagen am besten machen kann aus meiner Fläche. Aber so haben wir zumindest hier jetzt erstmal ein bisschen Freifläche geschaffen. Ich fahre jetzt nur einmal noch nach vorne, weil falls wir bauen, dürfte ich ja eh den Traktor wegfahren. Deswegen fahren wir den jetzt noch... Achso, mal aus dem Bums hier. Fahren wir den jetzt noch nach vorne zur Straße. Ja, eigentlich ist das nicht verkehrt. Ich kann ja hier auf der Fläche kann ich bauen. Das geht. Es würde gehen. Oh Gott. Hier liegt alles rum. Ich stelle, glaube ich, meinen Traktor jetzt auch einfach hier auf die Straße. So, damit er mich nicht stört beim potenziellen Bauen. Okay, ja, also ich bin... Ich bin unzufrieden. Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Es ist einfach leider gerade, dass sich die Scheißaufgaben gerade häufen, die halt einfach enorm viel Zeit kosten. Dass wir am Anfang diese kleinen Challenger hatten, die waren natürlich super spannend oder spaßig, aber hat mich natürlich auch einfach viel Zeit gekostet, die ich hätte anders irgendwie investieren können. Vielleicht hätte ich mich auch dazu entschließen sollen, einfach aufs Tiefenlockern von dem Feld zu scheißen. Von dem Feld 18 da und es einfach direkt hätte, ähm, ja, direkt quasi hätte, ähm, ja, neu ansehen sollen. Aber egal, ist jetzt so, wie es ist. Ähm, nächste Woche mal gucken. Also ich denke mal, boah, ich weiß gar nicht. Also ich werde das Feld hier dann, denke ich mal, komplett roden lassen, dass er das dann fertig machen soll. Das sollten wir eigentlich auch schaffen. Das Problem ist leider, dass einfach alle unsere Felder getiefenlockert werden müssen. Ich bin schon drauf und dran, mir einen Tiefenlocker zu kaufen, weil das ist ja utopisch, was da alles so ist. Aber naja, ähm, we will see, was wir dann in der Zeit machen. Ist auf jeden Fall, ähm, sehr viel zu tun. Sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und somit endet die sechste Woche im LS22 Buildet-Projekt. Ein bisschen durcheinander und ehrlich gesagt auch ziemlich unzufrieden meinerseits. Ich habe echt gedacht, wir schaffen um einiges mehr und jetzt stehe ich am Ende eigentlich nur vor sehr großen Feldern und sehr großen Aufgaben, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich die bewältigt kriege. Ich bin sehr gespannt, wie ich das im nächsten Livestream machen werde. Falls du da mal dabei sein möchtest, dann folg mir unbedingt auf meinem Twitch-Kanal. Immer Montagabend um 20 Uhr nehmen wir die Folgen dort live auf. Ich verlinke dir außerdem unten in der Videobeschreibung alle meine Konkurrenten. Dort kannst du auch sehr gerne auf deren Kanälen einmal vorbeischauen. Und ich würde mich wie immer natürlich sehr über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar unten freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder in der nächsten Live-Aufnahme wieder.